Willkommen zurück bei Minecraft Colony, ich glaube meine Stimme war gerade im Arsch, macht aber überhaupt nichts, heute ist das so eine kleine Art Update News und zwar will ich euch vorstellen, ich will ja jetzt Roadplay richtig machen, ich meine irgendwann bauen, okay, schön und gut, aber irgendwann will man dann auch ein bisschen Roadplay machen und deswegen bin ich hier unterwegs, mit dabei ist diesmal der Spencer kurz auf dem Server, es ist früher morgen, hier scheint die Sonne schon bei mir auch, aber es ist früher morgen, wir spielen gerade Minecraft Colony wie ihr seht und diesmal haben wir ein paar Features eingebaut, die das Roadplay viel besser machen, also erstmal seht ihr das Fernsehstudio, wo wir mittlerweile auch ein kleines Casino eingebaut haben, wichtig ist es, dass ihr ein Headset bei diesem Roadplay, ich sag mal, Roadplay-Akt anhabt, Handling, Handling, Hallo Handling, äh Handling, Spencer, Hallo Spencer, guten Tag, guten Tag, ich würde gerne noch einmal hier Casino spielen, ist das möglich heute? Ne, tut mir leid, ist das heute möglich? Ja, ja, natürlich ist das möglich, gar kein Problem, ich zeige Ihnen gleich noch, wo es angelegt ist, kommen Sie hin, kommen Sie hin, ja, okay, okay Wo möchten Sie denn spielen? Das ist mir peinlich, das war die falsche Seite Also ich würde gerne erstmal bei den Normalen spielen, weil ich sehr gewagt bin, oder wie gesagt, nicht gewagt bin und ich muss euch kurz davor sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, ähm, wir haben am Plugin installiert, das ist der Mumble Link, also Mumble Link, Link ist auch schon noch in der Beschreibung, im Forum Link auch, wie man das installiert und so, ähm, es ist so, wir sind hier auf dem Mumble Server und wenn er sich jetzt bewegt, dann, äh, hört ihr das und wenn er zu weit weg ist, dann hört ihr ihn nicht mehr Warte mal, äh, geh mal mit lalalala gerade aus dem Ding hier raus Hört ihr es? Jetzt höre ich ihn nicht mehr Okay, ey, 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 ey Kannst wiederkommen Also ihr hört mich natürlich auch leiser und lauter Umso näher ihr an ihm dran seid, umso lauter hört ihr ihn Also wie im echten Leben im Prinzip Und ja, wir sind hier bei dem Casino Das ist ein weiteres Plugin, was ihr euch vorstellen möchtet Passt auf 20 Euro Einsatz Oder 20 Gold Einsatz Habe ich Glück, habe ich Glück, habe ich Glück Nein, ich habe kein Glück Also hier könnt ihr im Prinzip Casino spielen Oder eher gesagt, ihr könnt Geld damit gewinnen Wenn ihr ein Glück habt, das kostet jedes Mal 20 Ihr könnt aber 1450 GC auch gewinnen Im Checkpoint ist es momentan drinne Ich habe wohl gerade gar kein Glück und mein Geld verabschiedet sich Warte, hier, Slash Money Ja, mein Geld verabschiedet sich Ach, komm schon, komm noch einmal spiele ich Ja, wir haben das gestern ganze Zeit gemacht Mit diesem 3D-Sound auch noch Es ist richtig brutal Und ich habe auch schon viel Geld gewonnen Aber auch viel verloren Ja, 100 habe ich gewonnen Jetzt seht ihr es, Warte, Slash Money 422 habe ich jetzt wieder Und ich bin nicht stolz auf mich Ich bin froh Hier müsst ihr aufpassen Das High-Risk gewinnt Spiel Russisches Roulette dabei Könnt ihr sogar sterben und alle eure Items verlieren Oh mein Oh mein fucking Gott Woher, Gypsy, woher kommst du? Woher kommst du, Alter? Ich habe nur gerade gehört Ich habe gesehen, ihr beide war genutet auf dem Team-Speak Und dann habe ich gesehen, ihr seid in Mumble Und dann bin ich extra gekommen Und die hat mich nicht gehört joinen Ja, ich habe das eigentlich ausgestellt Deswegen, Alter Und ich dachte jetzt Ja, komm, ich schaue mal Also wie gesagt, Leute Das ist das beste Beispiel dafür Macht einfach mit Damit kann man ein übelst geiles Rollplay machen Und damit würde ich mich auch schon verabschieden Für dieses kleine minimale Video Wie gesagt, wir haben hier Ein Casino neu Wir haben Ach übrigens, wenn ihr kein Geld mehr habt Weil ihr spielsüchtig seid Dann könnt ihr auch ganz einfach hier hinten Zu den Einnahmen gehen Hier ist nur 2GC Einsatz Sag ich mal 2GC Einsatz Und ihr könnt maximal 300 gewinnen Das ist eine gute Maschine Um schnell Geld zu machen Oder auch schnell Geld zu verlieren Schnell euer Kleingeld loszuwerden Ich zeige euch das Ganze mal Ja Ich habe 2GC verloren Mein Leben hat keinen Sinn mehr Und da unten steht Deine Mama hatte recht mit dir Alles klar Damit verabschiede ich mich jetzt mal Das heißt, haut rein, Leute Bis zum nächsten Mal